Das korreliert mit der berühmten Passage der Aussage von Don Giovanni, von Don Juan. Er habe mille et tres Frauen geliebt. Und was immerhin so intelligent ist, dass er jede einzelne als einzigartige gezählt und durchnummeriert und konstatiert hat, und nicht einfach so tump und blöde, wie manche Popstars von sich behaupten, mit wie vielen Tausenden sie die Nacht verbracht hätten.